Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In dieser Meditation frei nach Dr. Joe Dispenza möchte ich mit dir eine Reise durch deinen Körper machen zu allen Energiezentren deines Körpers, um diese maximal mit Energie zu versorgen, damit dein gesamtes System auf physischer und psychischer Ebene in komplette Harmonie gebracht werden kann und deine Selbstheilungskräfte maximal getriggert werden. Die Musik mit ASMR Trigger Sounds im Hintergrund soll zusätzlich für angenehme Entspannung sorgen und gleichzeitig sind wie in jedem meiner Videos dieses Kanals Blockaden lösende Silent Subliminals eingebettet, die die maximale Verstärkung des Gesagten und des Erlebten bewirken. Es geht immer um deine maximale Heilung hier in der Healing Zone. Und wenn du soweit bist, dann schließe entspannt deine Augen, lass alles los, atme tief ein und aus. Wenn wir jetzt bei dieser gemeinsamen Reise all deine wichtigsten Energiezentren durchwandern, dann kannst du gerne jederzeit deine Hand auf diesem Zentrum ablegen und diesen Effekt noch zusätzlich verstärken, wenn du möchtest. Erlaube deinem Körper jetzt, alle Anspannungen loszulassen. Entspanne dafür dein Gesicht, deine Stirn und erlaube auch deinen Augen, sich schwer zu fühlen. Erlaube auch deinem Kiefer, sich völlig zu entspannen, bis dein Gesicht völlig entspannt ist. Und nun entspanne auch deine Arme. Lasse sie ganz schwer werden. und auch deine Beine. Dein ganzer Ober-Körper, Unterkörper, deine Arme und Beine völlig entspannt. Empfinde inneren Frieden und Freude in diesem ganz einfachen Moment der Stille und Gelöstheit. Einatmen, ausatmen, entspannen, loslassen. Sei einfach hier mit dir selbst. Gib dir selbst die Erlaubnis zu fühlen, einfach zu sein. Stelle dir nun vor, wie du dich auf einer wunderschönen Sommerwiese befindest. Die Luft ist ganz klar, die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Du sitzt oder liegst im Gras, ganz wie du dich wohlfühlst, im Schatten eines großen alten Baumes. Eine leichte Brise weht durch die Blätter. Wie wohl du dich fühlst an diesem wunderbaren Ort, an diesem wunderbaren Tag. Der große Baum über dir spendet dir auf angenehme Weise einen Schatten. An einer kleinen Stelle geben die Blätter den Weg für die Sonne frei. Ein wunderbar warmer Sonnenstrahl kommt auf deinen Körper herab und dieses goldene Licht trifft dich nun genau im Bereich deines ersten Zentrums. Dieses befindet sich am untersten Ende deiner Wirbelsäule, in deinem Schoß. und du spürst die angenehme Wärme der Sonne an dieser Stelle. Mit jedem Einatmen ist es so, als würde dieses Licht ganz und gar in dich hineinstrahlen. Es ist fast so, als würdest du dieses Licht direkt durch das Energiezentrum einatmen. Und mit der Zeit fühlst du, dass dieses Licht nicht nur reines Sonnenlicht ist. Es ist als würde eine Energie der Liebe auf dich strahlen und dich von diesem Punkt aus erhellen, erwärmen und mit Liebe erfüllen. Spürst du dieses warme Licht, wie es sich nun immer weiter in dir ausbreitet? Die Energie dieses Zentrums wird nun mit jedem Atemzug immer weiter heller, immer weiter. Bis sie nun weit über deinen Kopf hinausgeht. Genieße diese wunderbare Lichtenergie, diese Liebe im Bereich deines ersten Zentrums. Lasse nun dieses wunderbare Licht weiter wandern, zum Bereich deines zweiten Energiezentrums. Dieses befindet sich in deinem Unterleib, einige Zentimeter unterhalb deines Bauchnabels. Und spüre, wie auch hier dieser warme Lichtstrahl auf diesen Bereich scheint. So angenehm warm. Spüre, wie dieses Licht, wie diese Liebe auch hier mit jedem Atemzug ganz tief in deinen Körper eindringt. Spüre deinen Körper an dieser Stille. Wie fühlt er sich an? Mit jedem Ausatmen breitet sich diese wunderbare Energie immer weiter und weiter in deinem gesamten Körper aus. Spüre dieses Zentrum, wie es immer weiter und weiter und immer heller und heller wird. Solange bis sich die Energie wieder weit über deinen Körper hinaus ausdehnt. Genieße diese leuchtende, liebende Weite im Bereich dieses Zentrums. Mögest du Freude am eigenen Ausdruck haben. Mögest du immer in Kontakt mit deinen Gefühlen sein können. Nun gehe weiter zu deinem dritten Energiezentrum. zu deinem Oberbauch einige Zentimeter oberhalb deines Bauchnabels. Und lasse nun auch hier in wunderbar warmen Lichtstrahl hineinscheinen. Spüre die Wärme des Lichtstrahls auf deiner Haut und spüre, wie du diese Wärme, diese Liebe mit jedem Einatmen tief und tief in deinen Körper hinein holst. All die Wärme, all die Liebe, mit jedem Einatmen immer mehr und mehr. Und auch mit jedem Ausatmen wird diese Liebe, dieses Licht in dir immer weiter und weiter. Sie breitet sich in deinem gesamten Körper aus. Immer größer werdende, warme, helle Energie in dir und über dich hinaus. Sehe und genieße all die warme, hellleuchtende Energie in diesem Zentrum. Mögest du deine ganze Kraft entfalten. Mögest du dich immer selbst wertschätzen und liebevoll für dich einstehen. Und nun lenke deine Aufmerksamkeit in den heiligen Ort deines Herzens. Und spüre, wie der warme Lichtstrahl dort willkommen geheißen wird. Wie dein Herz schon darauf gewartet hat, sich diesem wunderbar warmen Licht zu öffnen. Dieses goldene Licht erhellt und wärmt dein Herz. Mit jedem Einatmen immer mehr und mehr. Dieses wundervolle Licht der Liebe wird ganz und gar in deinem Herzen aufgenommen. Mit jedem Ausatmen breitet sich diese warm leuchtende Energie nun wieder in dir aus. Und mit ihr dieses tief empfundene Gefühl von Liebe und Dankbarkeit. Diese warme Energie nimmt nun immer mehr Raum in dir ein und geht auch hier weit, weit über deinen Körper hinaus in den Raum um dich herum. Genieße dein warmes, hellleuchtendes, mit tiefer Liebe erfülltes Herz. Genieße diese wunderbare, warme Herzensenergie. Möge dich dein Herz stets leiten. Möge es immer offen sein, um Liebe zu geben und um Liebe zu empfangen. Lasse uns nun diesen warmen Lichtstrahl in dein nächstes Zentrum lenken. Das Zentrum in deinem Hals. Spüre, wie auch hier sich das warme Licht ausbreitet und spüre die Wärme des Lichtstrahls auf deiner Haut. Spüre, wie du diese Wärme, wie du diese Liebe mit jedem Einatmen in deinen Körper einlässt. Mit jedem Atemzug immer mehr und mehr. Dein Hals kann diese Energie in sich aufnehmen. Lasse auch hier wieder mit jedem Ausatmen sich diese warme, leuchtende Energie in dir ausbreiten, in einem Gefühl von Liebe und Dankbarkeit. Genieße deinen Hals in diesem warmen, lebenden Licht, das über dich hinaus strahlt. Mögen deine Worte immer klar, kraftvoll und liebevoll sein. Mögest du immer gehört werden. Und nun lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem sechsten Zentrum. Es befindet sich auf deiner Stirn, an einem Punkt in der Mitte leicht oberhalb deiner Augen. Und spüre, wie auch hier der warme, helle Lichtstrahl auf diesen Bereich scheint. So angenehm warm und hell. Spüre, wie dieses Licht, wie diese Liebe auch hier mit jedem einzelnen Atemzug ganz tief in den Körper eindringt. Mit jedem Einatmen immer mehr und mehr. Und mit jedem Ausatmen breitet sich dieses warme, leuchtende Licht nun in dir aus. Auch hier wieder weit über deinen Körper hinaus. Genieße diese warm, hell leuchtende, liebevolle Energie in diesem Zentrum. Mögest du immer in Verbindung sein mit deiner Intuition. Mögest du immer zu deinem höchsten Wohle geführt und geleitet werden. Und jetzt lenke deine Aufmerksamkeit in dein siebtes Energiezentrum, am obersten Punkt deines Kopfes. Lasse auch hier den goldenen Sonnenstrahl auf diesen Punkt deines Kopfes und auf den Bereich darüber scheinen. Spüre wieder dieses goldene Licht. Mit jedem Einatmen immer mehr und mehr. Und mit jedem Ausatmen breitet sich diese warm leuchtende Energie nun in dir aus. Sie geht weit über deinen Körper hinaus in den Raum um dich herum. Dieses Licht wärmt und erhellt dich. Es breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Genieße diese warme und hell leuchtende Energie in diesem Zentrum. Und fühle diese Energie weit außerhalb deines Körpers. Mögest du dich immer verbunden fühlen mit allen Menschen. Mögest du dich als Teil des ganzen Universums sehen, das nur mit dir vollkommen ist. Und nun lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen gesamten Körper. Spüre, wie dieser nun von innen heraus leuchtet. Wie er erstrahlt in dieser liebevollen Lichtenergie. Und wie sich nun jedes Energiezentrum deines Körpers verbindet. So dass die Energie in deinem Körper zwischen deinen Zentren komplett frei und ungehindert fließen kann. Spüre, wie die Energie in deinem Körper fließt. Wie sich diese Zentren verbinden. zu einem einzigen großen Feld, das weit über deinen Körper hinaus strahlt. Dein Energiefeld ist nun erfüllt mit neuer, lichtvoller und liebevoller Energie. Hellleuchtend und strahlend. Erfüllt mit Liebe, Ganzheit, mit Heilung. Deinen Geist und deinen Körper mit Gesundheit zu erfüllen bedeutet, dass du dich rundum wohlfühlst. Energie geladen fühlst, voller Kraft und Stärke. Es bedeutet auch, sich wieder neu in das eigene Leben zu verlieben. Aufgeregt und voller Vorfreude einem neuen Tag entgegen zu blicken. Die Verbindung deiner Zentren bewirkt absolute Gesundheit auf allen Ebenen. Sie bewirkt Harmonie, sie bewirkt Verbindung, inneren Frieden, Gelassenheit und Ruhe. Diese Verbindung bewirkt Fülle auf allen Ebenen. Selbstliebe, Selbstwert und Selbstvertrauen. In dieser Verbindung deiner Energiezentren bist du auch direkt gekoppelt mit dem allemfassenden Urvertrauen. Wer möchtest du sein und wie möchtest du sein, wenn du nach dieser Meditation dein neues Leben beginnst? Tauche noch einmal ganz bewusst ein in diese wundervolle Liebesenergie, die du in dir erschaffen hast. Und wenn du dann dafür bereit bist, dann mache dich langsam und behutsam auf den Weg zurück. Zurück in den gegenwärtigen Moment und zurück in diesen Raum. Spüre deinen Körper auf der Unterlage, auf der du liegst oder sitzt. Und nehme auch langsam die Umgebung um dich herum wieder wahr. Atme tief ein und aus. Spüre, wie sich der Sauerstoff in deinem Körper verteilt, wie er dich belebt, dich erfrischt. Und nun stelle dir vor, wie mit jedem Atemzug automatisch dieses Licht in dir zirkuliert. Und dein gesamtes System bis zum Ursprung deiner Zellen versorgt wird mit dieser Heilenergie und dieser Liebe. Bewege nun langsam wieder deine Hände und Füße. Und wenn du bereit bist, dann öffne auch gerne deine Augen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in dein neues Leben. Wenn dir diese Meditation gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, um kein Video mehr zu verpassen. Denn es gibt noch ganz viel davon, das für dich interessant sein könnte. Teile dieses Video auch gerne mit einem Menschen, für den dieser Neubeginn und diese Heilung ebenso hilfreich sein könnte. Und gerne darfst du mir natürlich auch einen Daumen hoch geben. Und ich freue mich riesig über einen Kommentar, wie es sich für dich anfühlt, komplett heil und neu zu werden. Bis zum nächsten Mal, deine Karin Schömmel Vamos zum nächsten Mal, deine Karin Amen. Amen.